Hallo, herzlich willkommen. Heute schauen wir uns einmal das Lied an. Ein Kompliment von Sportfreunde Stille. Wir schauen uns heute praktisch das Lied an, aus welchen Akkorden ist er aufgebaut und machen eine Vorübung. Die Würze von dem Lied ist dann eine Anschlagtechnik, ein Sus und ein Ad9 Akkord, die schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wichtig ist, dass man die Vorübung kann. Die Vorübung ist eigentlich das ganze Lied. Das Lied besteht aus vier Akkorden, nämlich der D-Dur, der A-Moll, der C-Dur und der E-Moll. Diese vier Akkorde ziehen sie über das ganze Lied durch und auch die Länge, die jeder Akkord gespielt hat, bleibt immer gleich. Das ist jetzt ein Viervierteltakt, das wird in Achtel geschlagen und jeder Akkord zwei Takte lang. Das heißt zwei Takte lang D, zwei Takte lang A-Moll, zwei Takte lang C, zwei Takte lang E-Moll. Okay, dann mache ich es einmal ganz langsam vor. Auf jede Zählzeit und auf jedes und schlage ich einmal runter, jeweils zwei Takte lang bei jedem Akkord. Fangen wir an, langsame Geschwindigkeit. Das kann man dann spät im Laufe des Übens immer wieder steigen. Eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier. Im Laufe des Übens kann man das dann steigern, sodass man das Lied durchspielen kann. Wichtig ist, dass ihr den Akkordwechsel übt, dass ihr die Taktfolge drin habt, dann kann man das Lied locker spielen. Viel Spaß beim Üben!